Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Der 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an. Hier habt ihr einmal meine Tipps im Überblick. Kapitelmarken und Timelinks findet ihr in der Videobeschreibung oder eben in den angesagten Kapitelmarken. Es gibt eine Samstagskonferenz. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Reinschalten. Bleibt immer schön sportlich fair in den Kommentaren. Ansonsten geht es jetzt los. Erstmal mit Gladbach gegen Bayern. Zum Auftakt des 15. Spieltags stand ein richtig klassisches Topspiel auf dem Plan. Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München am Saisonmittelpunkt. Sieht es momentan ganz gut aus für die Bayern, weil sie sich nach Rückständen immer wieder in Führung bringen können. Und hier die erste dicke Chance. Sie gehörte auch dem FC Bayern München. Thomas Müller scheitert aber am überragenden Jansommer. Bayern aber hier diesmal mit Spielkontrolle gegen Gladbach. Wissen Sie, da darf man nicht so in der ersten Halbzeit spielen wie gegen Mainz. Denn dort liegt man sonst gerne mal mit 2, 3 oder 4-0 sogar zurück. Hier war es, wie gesagt, ein ganz anderes Spiel. Der FC Bayern München sich der Lage bewusst machte hier klar, es gibt nichts zu holen oder es sollte nichts zu holen geben für die Fohlenelf. Coronton Tolisso nach überragendem Pass von Lewandowski mit dem 1 zu 0. Und es ging gut weiter. Thomas Müller, ähnliche Abschlussposition wie schon bei seiner ersten Chance. Diesmal aber trifft er Coronton Tolisso, legt beide Tore auf bzw. eins legt er auf. Eins macht er selber. Borussia Mönchengladbach bis dahin relativ wenig nach vorn unterwegs. Jetzt mal mit Mbolo und Florian Neuhaus und wie aus dem Nichts der Anschluss. 42. Minute, die Hoffnung war plötzlich wieder da für DL von Marco Rose, die sich unglaublich viele Chancen gegen Bielefeld herausspielt, da im Abschluss zu inkonsequent war. Diesmal war es andersrum sehr konsequenter Abschluss, aber zu wenig insgesamt nach vorne. Klar, der FC Bayern München steht an der anderen Seite der Tabelle oder auf der anderen Seite der Tabelle. Nichtsdestotrotz für Borussia Mönchengladbach eigentlich auch eine Möglichkeit, hier mal wieder zu zeigen, dass sie die Bayern zu Hause schlagen können. Und es ging gar nicht so schlecht weiter. Hernandez hier aber schmeißt sich rein in den Schuss. Es war relativ schweres Durchkommen für Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München. Erhute sich fast etwas auf dieser Führung aus. Es war jetzt aber eben nur noch ein Trefferunterschied. Stindl und Kramer, der mit dem Ball aber nicht zu 100 Prozent was anfangen kann in Abschlusssituationen. Macht es erst gut, dann aber weit vorbei mit seinem linken Fuß. Hernandez wieder mit dem Geschehen schmeißt sich da rein. Wir springen schon in die Schlussphase. Borussia weitestgehend dann glücklos gewesen. Der FC Bayern hat aber auch keine nennenswerten Möglichkeiten mehr. Die Fohlenelf macht es jetzt deutlich besser. Süle nochmal mit der Möglichkeit, das Ganze hier endgültig zu bereinigen. Und dann klärt es der FC Bayern München tatsächlich spielerisch. Die Zeit, sie trudelte davon. Borussia Mönchengladbach kam nicht mehr zum Ausgleich. Und so endet das hier am Freitagabend mit 1 zu 2. Gladbach wachte zu spät auf. Erst nach dem 0 zu 2. Und dann war es tatsächlich gefühlt schon zu spät. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz am 15. Spieltag. Wir beginnen das Ganze in Leverkusen. Da ist der SV Werder Bremen zu Gast. Und beide Mannschaften sind schlecht ins Jahr 2021 gestartet. Leverkusen verlor in Frankfurt mit 2 zu 1. Werder Bremen zu Hause gegen Union Berlin. Also beide Mannschaften auf Wiedergutmachungstour. Anders sieht es in Berlin aus. Zumindest teilweise. Ja, denn der 1. FC Union Berlin eben mit dem Sieg über den SV Werder Bremen nach wie vor mehr als im Soll. Der VfL Wolfsburg machte gegen Borussia Dortmund eine durchaus gute Partie und hatte auch riesige Möglichkeiten selber zu treffen. Am Ende verlor er mit 2 zu 0 etwas unglücklich. Da war durchaus mehr drin. Das möchte man heute dann besser machen. Vor allem eben im Abschluss konsequenter sein. Und in Mainz möchte man auch wieder mal einiges besser machen. Zumindest besser als im zweiten Durchgang. Denn der erste Abschnitt in München war doch sehr beeindruckend vom 1. FSV Mainz 05. Jetzt Bo Svensson auf der Trainerbank im Don't Call It A Derby. Derby gegen Frankfurt muss es einen Sieg geben für Mainz. Ansonsten wird es langsam eng. Aber Frankfurt eben auch in guter Form. Von guter Form kann bei diesen beiden Mannschaften nicht die Rede sein. Der FC Schalke 04 empfängt die TSG aus Hoffenheim. Diese Serie der FC Schalke 04 muss man eigentlich nicht mal mehr wirklich ansprechen. Denn das schwebt hier über diesem Stadion. Hoffenheim aber eben auch nach dem 1 zu 3 gegen Freiburg langsam wirklich in der Sorge doch ganz unten rein zu rutschen. Und vom ganz unten rein rutschen konnte sich der SC Freiburg mit einer unglaublichen Siegesserie jetzt weitestgehend befreien. Da ist man im Tabellenmittelfeld angelangt, hat die Hälfte der Punktzahl geholt, die man immer so anpeilt. 20 Punkte jetzt nach 14 Spielen. Sehr gute Quote. Der 1. FC Köln hat Nachholbedarf nach dem 0 zu 1 gegen den FC Augsburg. Wir sind gespannt. Wir beginnen jetzt aber in Leverpulen mit dem SV Werder Bremen. Bayer 04 stößt an in den schwarzen Trikots von links nach rechts. Im ersten Durchgang der SV Werder Bremen hellgrüne Hosen und weiße Trikots. Also beim letzten Auswärtsauftritt konnte man durchaus überzeugen aus Sicht des SV Werder Bremen. Sogar in den letzten beiden Auswärtsauftritten im Pokal in Hannover gewann man... ...und man gewann in Mainz in der Bundesliga. Vielleicht sogar noch ein wenig wichtiger. Leverkusen aber geht hier vom Start an gut nach vorne. Bayley allerdings in Abseitsposition. Das hätte durchaus gefährlich werden können. Sehen wir dann aber. Tor in Mainz. Ist eine richtige Entscheidung. Und Tor in Mainz. Was für ein Auftakt für die Eintracht. André Silva mit dem 1 zu 0 und der erste FSV Mainz 05 startet albtraumhaft in diese Samstagskonferenz. Da hat André Silva auf dem Elfmeterpunkt Zeit sich zu drehen. Und dann nimmt den Ball locker an. Brosinski und Hack weit entfernt vom torgefährlichen Angreifer. Der hier nach gerade mal 5 Minuten die Sorgen bei Bo Svensson und dem 1. FSV Mainz 05 vergrößert. Das ist ein heftiger Rückschlag, nachdem man, wie angesprochen, gegen den FC Bayern München hellwach war zu Beginn. Gut, am Ende konnte man dort nichts mitnehmen. Vielleicht wird es diesmal anders. Wir blicken nach Berlin. Zwei dicke Möglichkeiten schon für den VfL Wolfsburg. Hier einmal Lute mit der Parade. Dann nach einem Eckstoß. Also nach dem anschließenden hier Maximilian Arnold mit der Direktabnahme. Der geht relativ weit vorbei. Also eine dicke Möglichkeit. Eine zweite Chance, die auch nicht allzu gering war. Aber es steht hier 0 zu 0. Der VfL Wolfsburg haderte auch mit der Chancenverwertung gegen den BVB am vergangenen Sonntag. Damit hat der 1. FC Union Berlin aktuell keine Probleme. Und das ist hier tatsächlich ein richtiges Spitzenduell. Platz 5 gegen Platz 6. Union 5. Da Wolfsburg 6. Da vor diesem Spieltag. Union kommt hier aber nicht durch. Der VfL Wolfsburg mit dem Ballgewinn. Eben bislang mit den besseren Chancen. Josep Bregalow, Maximilian Arnold treiben das Ganze hier an. Woutwerhorst. Er hatte eine richtig große Kopfballmöglichkeit, die er für seine Verhältnisse kläglich vergab. Dieser Ball in die Spitze ist nicht so gut. Knapp über eine Viertelstunde gespielt. Wir schauen nochmal auf diese Möglichkeit und blicken dann in Gelsenkirchen vorbei. Hoffenheim kommt über Robertsko. Hereingabe. Und es gibt Elfmeter. Nastasic wohl mit der Hand dran. Da kommen wir zum richtigen Zeitpunkt. Robertsko. Und dann wollen wir dem ganzen mal Glauben schenken. Es gibt jetzt erstmal nur diese eine Einstellung. Nastasic mit dem Handspiel. Wurde wohl alles korrigiert. Oder beziehungsweise kontrolliert. Aber das ist egal. Das spielt keine Rolle, weil Kramaric den Strafstoß einen knappen Meter über die Querlatte setzt. Boah, viel Glück für den FC Schalke 04. Erst Pech, dann Glück. 0-0 hier. Wir geben nach Freiburg. Die richtige Entscheidung, wenn man es in die Ruhe wieder einkehren lassen möchte. Das ist vor allem bei den Spielen des 1. FC Köln des Öfteren so. Da geht nicht viel nach vorne. Das sind keine Spektakelspiele. Der SC Freiburg, er hatte es zuletzt gegen Hoffenheim ganz, ganz anders gemacht. Da legte man stark los. Führte zur Halbzeit. Klar und deutlich. Hier ist es eine Abseitsposition von Demirovic. Und so steht es nach etwa 20 Minuten hier im Breisgau noch torlos. 0-0 der 1. FC Köln in den gelben Trikots. Zwar bemüht, aber richtig großen Möglichkeiten, die gab es hier noch nicht mal ansatzweise. Der SC Freiburg tut sich schwer mit dem destruktiven Spiel der Kölner. Jetzt kommen sie aber gerade mal. Verlieren aber wieder den Ball. Und wir haben den nächsten Treffer in Berlin. 0-1. Und Woutverhorst bringt den VfL Wolfsburg mit 1-0 in Front. Der Ball geht raus zu Josep Rekalo, müsste es gewesen sein, der dann auf Woutverhorst spielt. Der mit dem flachen Schuss vorbei an Andreas Luther an den Innenpfosten. Das war eine ziemlich knappe Angelegenheit. Jetzt beweist der niederländische Mittelfeld, Mittelfeld, Mittelstürmer. So ist es richtig. Torgefährlichkeit. Seine Torgefahr bringt das jetzt hier wieder unter Dach und Fach. 24. Spielminute das 1-0 für den VfL Wolfsburg. So viel ist noch nicht passiert in dieser Konferenz. Zwei Tore in fünf Spielen nach etwas mehr als 25 Minuten. Die Enttäuschung, ja, sie ist durchaus da. Aber einen verschossenen Elfmeter zumindest, den hatten wir noch in Gelsenkirchen. Und da wollen wir gleich wieder rüber schalten. Wie gesagt, hier 0-1. Tor auf Schalke. Und ja, da wollten wir eh hin. Auch hier die Gästeführung. Kramaric macht seinen Elfmeter. Fauxpas wieder gut. Und der FC Schalke 04 nicht wirklich Herr der Lage, nicht wirklich Herr von irgendwas. Kramaric nimmt den Arm mit der Innenseite, dann auf 16 Metern knapp links rein. Fährmann wirkt da auch etwas unglücklich platziert, aber das ist halt auch wieder nicht gut verteidigt. So steht es nach 27 Minuten dann letztendlich doch 0-1 verdientermaßen. Jetzt blicken wir nach Bremen. Ja, nach Leverkusen aber mit Bremen. Jonathan Tarr, Radetzky, Radetzky! Was ist das für ein Fehler? Yuya Osako mit dem 1-0. 28. Minute, das gibt es ja nicht. Was ist das denn? Tatsu Radetzky und dann so ein... Megabock bei der Ballernahme. Osako bedankt sich, der nicht wirklich eine glückliche Saison spielt. Aber jetzt zuschlägt. 1-0 für den SV Werder Bremen. Kapitaler Bock bei Lukas Radetzky. Nicht das erste Mal in der Saison. Ab nach Mainz. Ziemlich viele 0-1. Und so auch hier in Mainz seit sehr früher Stunde. Fünfte Minute. Hat der André Silva zugeschlagen. Jetzt kam Marder. Ja, da fehlte nicht viel guter Reingabe. Aber dann ist keiner da zum Abnehmen. Jibril so über die rechte Seite. So, der ja aktuell richtig gut in der Verfassung ist. Da einen tollen Job macht. In der Zentrale. Diesmal kommt er gerade ein bisschen über außen. Nimmt dann nochmal den Ball hier mit. Erik Dohm, Kamada. Bisschen umständlich das Ganze jetzt auch gespielt. So scheitert dann Hack. Wir geben nach Freiburg. Noch knapp 10 Minuten bis zum Seitenwechsel. Jetzt mal der 1. FC Köln. Bleibt aber auch hängen etwas sinnbildlich. Köln mittlerweile tatsächlich echt bemüht, hier was zu machen. Vielleicht sogar mal in Führung zu gehen. In Freiburg konnte man durchaus in den letzten Jahren mal was mitnehmen. Riesenchance und jetzt Tore an Mainz. Ausgleich. 39. Minute. Jean-Paul Boetius. Mit dem ver... Ja, eigentlich verunglückten Schuss. Möchte man fast sagen. Den trifft er ja fast mit der Hacke. So ein Lupferding ist das. Dann Übertrab rüber. Der senkt sich aber perfekt oben links rein. Was für ein... Fantastischer Abschluss. Muss man sagen. Tolles Tor. Vielleicht genau die Schusstechnik, die man braucht. 1 zu 1 hier. Das wünscht sich auch Union. Korrekt. Nur, dass es hier immer noch 0 zu 1 steht. Union Berlin macht mehr für die Offensive. Aber der VfL Wolfsburg ist durchaus verdient mit diesem 1 zu 0 hier gerade. Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel. In sehr guter Lage. Den nächsten Dreier einzufahren. Nachdem es ja in Dortmund eben nicht geklappt hatte. Brecalo in die Mitte zu Maximilian Arnold. Der hat auch relativ viel Platz. Da fehlt dann die Anspielstation in der Mitte. Brecalo bekommt den Ball nochmal. Legt den raus zu Paolo Ottavio. Der kommt aber leider aus dem Abseits. Ja, der irrt da vorne an der Eck. Tor in Leverkusen. Warum denn eigentlich? Und nochmal ein Treffer in Leverkusen. Unglaublich. 0-2. Der SV Werder Bremen, der sich traditionell in Leverkusen immer ganz gut geschlagen hat. Bringt jetzt mit einem wunderbaren Lupfer auf Maximilian Eggestein und einem tollen linken Abschluss. Hier die 2 aufs Papier. Stark von Maximilian Eggestein und Bayern 0-4 Leverkusen scheinen momentan keinen guten Lauf zu haben. Niederlage vor der kurzen Winterpause gegen die Bayern. Jetzt dann die Niederlage in Frankfurt. Und heute 0-2 nach 45 Minuten gegen den SV Werder Bremen. Vor allem auch die Wichtigkeit des SV W hier mal nach vorne zu heben. In Gelsenkirchen läuft es noch. Na ja, auf den anderen Plätzen Halbzeit hier nochmal Hoffenheim. Tolle Parade von Ralf Fährmann. Nastasic und Oczipka. Das sieht nicht gut aus. Was dort angestellt wird. Und Fährmann, der beschwert sich da vollkommen zu Recht. Der hier teilweise komplett alleine gelassen wird. Er steht immerhin nur 0-1. Noch zumindest kann ja noch was passieren hier vorm Seitenwechsel. Wobei der Ball irgendwann mal in die Mitte gebracht werden müsste. Kramaric kommt hier aber nicht durch. Und dann müsste es das gewesen sein. Nastasic und so ist es auch. 0-1 hier. Spielerisch eine relativ klare Sprache. Ergebnistechnisch ist noch einiges drin für den FC Schalke 04. Aber ein guter Auftritt ist das von Königsblau auch nicht. Aber es fehlen halt auch nur in Anführungszeichen zwei Tore. Gleich geht es weiter mit hoffentlich vielen Treffern. Jo, hier haben wir einmal die Ergebnisse im Überblick. Leverkusen, Bremen 0-2, Freiburg, Köln 0-0, Union, Wolfsburg 0-1, Schalke, Hoffenheim 0-1 und Mainz, Frankfurt 1-1. Lass gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten jetzt viel Spaß mit der zweiten Halbzeit und danke fürs Reinschalten. Wir sind zurück in der Konferenz und schauen nochmal auf die beiden Treffer des SV Werder Bremen. Erst Osako nach Megabock von Radetzki und dann Eggestein nach schönem Luftpass. Den 16er müsste von Christian Groß gekommen sein. Da ist dann Lukas Radetzki ohne Möglichkeit. SV Werder Bremen stößt an. Josh Sargent bringt den Ball zurück ins Spiel. Und wir dürfen gespannt sein, ob der SV Werder Bremen mit dieser Führung umgehen kann. Für Bayer 04 Leverkusen ist es jetzt eine große Aufgabe. Aber das Potenzial hier das Spiel zu drehen, das haben sie natürlich. Wir werden gespannt drauf blicken und warten auf den ersten Treffer in Freiburg. So richtig dicht war noch keine Mannschaft hier dran. Der SC Freiburg betreibt hier eher ein kontrolliertes Offensivspiel. Wenn gleich so viel auch nicht gelingen möchte. Roland Salei im Abseits bekommt er den Pass. Das ist ein kleiner Schritt, aber ein entscheidender. Gut dann auch gesehen vom Assistenten, der schlagartig die Fahne in den Himmel reißt. Der 1. FC Köln muss unbedingt mal wieder punkten. Ja, sie hatten mal eine ganz gute Phase. Aber jetzt sind die Spiele und die Auftritte doch wieder nicht so richtig glücklich. Wir wechseln. Union Berlin läuft dem 0 zu 1 hinterher. Hat aber hier gerade eine gute Phase. Griesbeck kommt aber gegen Arnold nicht durch. Akaki Gogia, wieder Griesbeck, der ziemlich viel da im 16er unterwegs ist. Und Trimmel hat zu viel Platz. Ausgleich 59. Minute. Das 1 zu 1. Gute Druckphase von Union der VfL Wolfsburg. Komplett ohne jeglichen Zugriff. Toller Pass hier von Griesbeck. Starke Übersicht. Der ja da etwas tatsächlich überraschend im 16er. So viel Freiräume bekommt. Trimmel macht das richtig gut und bringt Union zurück ins Spiel. 1 zu 1 hier. Und das 1 zu 1 wünscht sich auch Schalke. Das wünschen sie sich, ja. Aber dafür müssten sie auch deutlich mehr tun. Hoffenheim hat hier durchaus schon die Möglichkeit gehabt zu erhöhen. Aber es soll bislang noch nicht sein. 1 Samaseku. 1 Samaseku. Landen in Mainz. Gucken einmal kurz auf die Zwischenergebnisse unten. Also alles doch recht ausgeglichen. Wenn gleich der SV Werder Bremen noch führt den Leverkusen. Und jetzt Younes auf einmal mit viel Platz. Damen mit der Parade. Das muss natürlich das Tor sein. Younes gegen Bayer 04 Leverkusen hatte er getroffen. Jetzt scheitert er. Und Mainz kontert mehr oder weniger. Wobei Frankfurt wieder ganz gut sortiert scheint. Bei Sonnen. Und Isevo. 2-1 Mainz. 71. Spielminute. Frankfurt gibt das Spiel aus der Hand. Weil Younes auch eine hundertprozentige Tormöglichkeit vergibt. Quaison hält lange den Ball. Dan Gibril ist auch wohl noch gelobt. Kommt nicht hinterher. Aber das Zentrum ist auch komplett offen. Und Kevin Trapp hat das Nachsehen gegen Karim Unisivo. 2-1 für den ersten FSV Mainz 05. Sie stehen hier vor einem ganz wichtigen zweiten Saisonsieg. Und Frankfurt. Ja, jetzt müssen sie kommen. Gilt auch für Leverkusen in erhöhtem Maße vielleicht sogar. Etwa 20 Minuten noch zu gehen. Und man liegt hier mit 0 zu 2 zurück. Und so richtig die ganz großen Chancen. Sie blieben doch aus. Also es ist tatsächlich nicht so, dass man zwingend von einem zwangsläufigen Ausgleichstreffer hier sprechen müsste. Nicht mal von einem Anschluss. Ist hier die Rede im Bom. Zu wenig. Wir wechseln nach Freiburg. Ja, in Leverkusen scheint alles klar. Wir melden uns, wenn da was passiert. Ansonsten ist die Konzentration auf die zumindest ergebnistechnisch spannenderen Spiele hier in Freiburg ist so eins. Aber das hier ist auch von Florian Müller. Tor in Berlin. Sinnbildlich. So richtig heiß sind sie hier nicht. In Berlin war jetzt jemand heiß. Admir Mimedi war nochmal heiß. 79. Minute 1 zu 2. Wolfsburg geht zum zweiten Mal in Führung. Wout Wechhorst mit der starken Drehung sieht dann Admir Mimedi, der eingewechselt worden ist. Der Vorbayern-Lute 1 zu 2. Union Berlin hat nochmal jetzt etwas mehr als 10 Minuten Zeit. Das auszubügeln ist nicht allzu viel. Aber das haben sie auch durchaus drin. Urs Fischer peitscht im Hintergrund nochmal an. Das also erstmal von hier und in Gelsenkirchen führt auch die Gastmannschaft. Schalke mittlerweile sträubt sich aber mit Bastian Oczipka und Oma Mascarell zu Kutucu. Fahne bleibt unten. Treffer zielt. 1-1. Amel Kutucu. Der FC Schalke 0-4. Er schlägt selber spät zu. Mascarell bekommt zu viel Platz. Kutucu dann vor Bayern. Oliver Baumann. Und das ist eben auch momentan bei Hoffenheim das Problem. Man bekommt die Defensive einfach nicht kompakt, nicht dicht. Und Schalke sollte und wird jetzt wohl auch auf Sieg gehen. Vielleicht geht hier tatsächlich noch mehr. Wir melden uns und geben jetzt nochmal nach Mainz. Wo Frankfurt kommt, Junis hatte diese große Möglichkeit. Silva, Kopfball, aber vorbei. Noch etwas mehr als fünf Minuten zu spielen. Die Chancen, sie waren und sind nach wie vor da, um zumindest einen Punkt hier mitzunehmen aus Mainz. Aktuell aber hat der erste FSV das Spielglück auf der Seite und vor allem auch Damen im Tor, der wirklich super pariert hat gegen Junis. Ich hatte es angesprochen. Wäre jetzt für Frankfurt ein kleiner Rückschlag, nachdem er sich zuletzt stabilisiert hatte. Quaison sieht sehr gut aus. Riesenchance, Fernandes, aber nur ans Außennetz. Kevin Trapp verkürzt den Winkel, hat dann das Glück des Tüchtigen. Und immer noch kein Treffer in Freiburg. Ändert sich das denn nochmal? Es hätte sich gerade tatsächlich um ein Haar verändert. Anthony Modest, weil Köln etwas mehr danach aussieht, als würde es den Dreier mitnehmen wollen. Der SC Freiburg tut sich gerade extrem schwer nach vorne irgendwas zu kreieren. Aber mit dem 0 zu 0 könnten sie natürlich besser leben. 21 Punkte nach 15 Spielen, gar kein Problem. Vor allem Köln auf Abstand gehalten. Das ist ja auch immer der Gedanke, der da mitschwebt. Aber hier von Vincenzo, Grifo und Co. Von dieser Offensivpower, die ja durchaus besteht, ist relativ wenig zu sehen. Defensiv aber kann man dann den Freiburgern eben auch nicht so viel vorwerfen. Da macht man weitestgehend alles richtig. Es gibt eben auch nur eine Minute Nachspielzeit. Aber die gibt es nochmal oben drauf. Günther dauert alles zu lange. Schiri gräst rein. Es endet hier also tatsächlich in Freiburg mit 0 zu 0 gegen den 1. FC Köln. Aber die Partie läuft noch in Mainz. Kommt Frankfurt nochmal. Gibt zumindest nochmal Ecke. Frankfurt hätte es sich verdient. Philipp Kostic steht bereit. Auch Kevin Trapp in der Mitte dabei. Letzte Aktion. Hinteregger. Und rüber. Das war's. Spiel vorbei. Es endet mit 2 zu 1 für Mainz. Unglaublich wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Auch für Bremen. Extrem wichtig für den SV Werder Bremen. Wir sehen Schalke endet mit 1 zu 1. Wolfsburg gewinnt mit 2 zu 1 bei Union Berlin. Und hier ist es für Leverkusen die tatsächlich dritte Niederlage in Serie. Vorher war man ungeschlagen und dann kam dieses Spiel gegen die Bayern. Vielleicht der Einknick. Aber der SV Werder Bremen hat sich das auch verdient. Komplimente an der Stelle. Danke fürs dabei gewesen sein. Jetzt noch alle Zusammenfassung. Bayer 04 Leverkusen muss aufpassen nicht in einen Negativstrudel zu geraten. 2 Niederlage in der Bundesliga in Serie jetzt. Der SV Werder Bremen zu Gast. Eine Pflichtaufgabe für Bayer 04. Aber dann das. Was für ein Fehler von Lukas Radetzki. Um kurz vor 4 am Samstagnachmittag. Riesenfehler. Osako nutzt das aus. Staubt ab und hält die linke Innenseite hin. War ein guter Auftritt von den Gästen. Florian Kohfeldt wohl mit den richtigen Worten. Groß mit der Vorlage für Eggestein. Und so stand es nach 45 Minuten. Sogar 0 zu 2 in der zweiten Hälfte. Konnte dann Bayer 04 nicht mehr so viel nach vorne bringen. Der SV Werder Bremen. Er konzentrierte. Verteidigte über 90 Minuten das eigene Tor. Und konnte damit vollkommen verdient mit 2 zu 0 aus Leverkusen nach Hause fahren. Freiburg beeindruckt aktuell mit einer super Siegsserie. Damit konnte man sich ins gesicherte Tabellenmittelfeld absetzen. 20 Punkte nach 14 Spielen. Das soll für die Hinrunde fast erreicht. Aber das darf natürlich jetzt nicht reichen. Hier eine gute Chance für Vincenzo Grifo nach. Nach 6 Spielminuten aber Timo Horn mal wieder beim 1. FC Köln die Lebensversicherung. Die Geistböcke nach der Niederlage gegen den FC Augsburg. Aber auch dazu verpflichtet mal wieder was zu tun. Man kann sich nicht drauf verlassen. Dass Bielefeld und Co. hinter ihnen niemals Punkte holen. Hier eine große Möglichkeit in der 40. Minute. Es war kein mitreißendes Fußballspiel. Es passierte dann lange Zeit nichts. Wir springen schon in die Schlussphase. Noch einmal der 1. FC Köln. Sie waren etwas dichter dran. Die Geistböcke. Modest in der 88. Minute. Scheitert aber an Florian Müller. Sodass sie nicht den späten Sieg mitnehmen. Sondern mit dem 0 zu 0 leben müssen. Am Ende etwas glücklich für Freiburg. Aber auch nicht unverdient. Die Breisgauer können damit deutlich besser leben. Für Köln sind es am Ende eben 2 Punkte. Die man gerne noch mehr mitgenommen hätte. Topspiel in Berlin. Fünfter gegen Sechster. Also ein Duell. Zumindest tabellentechnisch um die Europa League. Klar, Union Berlin will trotzdem immer noch nur gegen den Abstieg spielen. Der VfL Wolfsburg. Er will da, wo er ist, bleiben. Klar, Union natürlich auch. Aber da sind die Ansprüche andere. 0 zu 1 hier durch Wort Wechors bedeutete auch den Halbzeitstand. Wir springen in den zweiten Durchgang. Union Berlin hatte lange Zeit Probleme, sich hier gegen Wolfsburg Chancen zu erarbeiten. Dann aber wurde es besser als Griesbeck in den gegnerischen 16er Stieße. Und vollkommen zu Recht hier mit Trimmel zusammen feierte. Ausgleichstreffer 1 zu 1. Union hatte im zweiten Durchgang erstmal die richtigen Antworten parat. Auf auch stark spielende Wolfsburger. In der Schlussphase dann aber die Elf von Oliver Glasner nochmal bemüht nach dem ärgerlichen 2-0 gegen Dortmund. Wollte man sich die verlorenen Punkte zurückholen. Hier aus Berlin. 79. Minute. Atme Mehmedi mit dem zweiten Führungstreffer für den VfL. Und das reichte dann am Ende. Knappe Führung. Knapper Sieg für den VfL. Aber über 90 Minuten gesehen ist das auch verdient. Da waren die Niedersachsen die etwas bessere Mannschaft. Weder für den FC Schalke noch für die TSG aus Hoffenheim läuft es gut in dieser Saison. Hoffenheim mittlerweile wirklich vor Argenproblemen. Da ist ja auch die Trainerfrage durchaus mal gestellt worden. Es gab aber nach einer Viertelstunde Elfmeterhandspiel von Nastasic. Ob das so korrekt war oder nicht ist auch egal. Denn Kramaric setzt den streflich über den Kasten. Da fehlt mehr als nur ein kleines Stück. Elfmeter nicht aufs Tor zu bekommen. Vielleicht auch ein Sinnbild der Sinsheimer Krise. Aber jetzt gab es die nächste Möglichkeit. Diesmal machte sie Kramaric rein. Etwas weniger Druck als bei einem Strafstoß. Natürlich nur mental gesehen. Gegnerdruck gab es hier durchaus. Aber da konnte dann Fehrmann trotzdem nichts machen. In der Schlussphase der zweiten Hälfte dann aber der FC Schalke 04. Er war nämlich aufgrund von Hoffenheimer Fahrlässigkeit noch im Spielergebnis technisch. 83. Minute. Kutucu dann tatsächlich mit dem 1 zu 1 Ausgleichstreffer das Momentum auf Seiten der Königsblauen. Aber es gab keine nennenswerten Chancen mehr. So bleibt es beim 1 zu 1. Und damit können mal wieder beide Mannschaften sehr schlecht leben. Der 1. FSV Mainz 05 hatte eine gute Halbzeit und eine schlechte gegen den FC Bayern München. Jetzt wollte man zwei gute Spielen gegen Frankfurt. Aber sah es erstmal nicht so gut aus, was man Darmstadt nachmittags gemachte. So viel zu viel Platz für Silva. Und das lässt er sich natürlich nicht nehmen. Fünfte Spielminute ganz früher Treffer für die Eintracht. Bei denen es ja aktuell sehr gut läuft. Zwei Siege in der Bundesliga zuletzt gegen Augsburg und gegen Leverkusen im Jahr 2021. Aber verteidigen, das sollten sie trotzdem nicht lassen. 39. Minute. Jean-Paul Boetius kann da querlaufen im 16er in guter Abschussposition. Macht er dann mit einem überragenden Treffer den Ausgleich. Zweiter Durchgang. War eine ausgeglichene Partie. Quaison zu Unisivo. Auf der Gegenseite kurz vorher die Riesenchance für Younes. Aber Unisivo macht es besser. Vorbei an Trapp. 2 zu 1. Frankfurt unter Druck. Sie hatten aber nochmal die ein oder andere Chance. Nachspielzeit. Abgelaufen. Den Eckball gab es nochmal. Kevin Trapp mit dem 16er. Kostic springt den rein. Und in der Mitte ist Martin Hinteregger, der den aber etwas zu hoch ansetzt. Dann war Schluss. Mainz holt den zweiten Saisonsieg. Extrem wichtig. Gut auch für Bo Svensson bei seinem Debüt Frankfurt. Ja, ein kleiner Rückschlag ist das. Das auch nominelle Topspiel, das gerne so genannt wird am Samstagabend, hatte es in sich. Leipzig gegen Borussia Dortmund, wobei spielerisch gar nicht so viel Spaß drauf war auf dem Feld. Bis dann Erling Haaland in der 41. Minute die Nase voll hatte und einfach selber zur Tat schreitet. Der ja mittlerweile da vorne eine Instanz wirklich darstellt. Und man auch merkt, wenn er nicht in Topform ist, aber er arbeitet sich wieder ran. Und hier macht er das genauso, wie man das von ihm erwartet, wie man das von ihm gewohnt ist. 1 zu 0 für den BVB. BVB bedeutete auch den Halbzeitstand. RB Leipzig fand hier nicht wirklich rein ins Geschehen. Gegen Stuttgart hatte man eine Vielzahl an Chancen, scheiterte da aber des Öfteren. Hier hatte man nahezu keine Möglichkeiten. Stattdessen wieder in der Defensive und das ist dann ein kurioses Tor. Mit Axel Witzel, der dann über den halben Platz läuft. Er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Ganz komischer Treffer, werden wir uns gleich in der Wiederholung nochmal anschauen. Läuft dann mit dem Ball da einfach über die Torlinie. Geht da auf Nummer sicher. Toller Pass hier dann Gulaschi, der rauskommt und sich da gegenseitig mit seinem Verteidiger behindert. 0 zu 2 also. Große Aufgabe jetzt für Leipzig. Und so richtig fanden sie nicht rein in den Topspielen, tun sie sich gerne mal schwer. Und der BVB, er hatte auch einen Sahnetag erwischt, was die Abschlusssicherheit angeht. 74. Minute, Erling Haaland, kein Abseits mit der Direktabnahme vorbei. An Peter Gulaschi, es stand 3 zu 0. Und das war wirklich in Effizienz kaum zu übertreffen. Der BVB sichert sich in diesem Topspiel. Einen deutlichen Sieg gegen RB Leipzig. Und die Roten Bullen, sie müssen sich ärgern. Sie haben aber zu keinem Zeitpunkt an diesem Samstagabend in die Partie gefunden. Am Sonntagnachmittag trafen Augsburg und Stuttgart aufeinander. Der VfB, der durchaus eine gute Saison spielt, aber mittlerweile auch mal wieder gewinnen sollte. Hatte hier eine Aufgabe vor sich, die nicht so leicht war. Die Fuggerstädter spielen extrem unangenehm und sind dann vorne auch durchaus in der Lage zuzuschlagen. Hier aber war es der bessere Auftakt auf Seiten der Schwaben. Nach 20 Spielminuten eine sehr gute Möglichkeit für Endo, der aber scheitert an Rafael Gikiewicz, der beim FC Augsburg auch den nötigen Rückhalt bietet für das Spiel, das die Fuggerstädter aufziehen. Der VfB aber macht es gut einzig und allein der Abschluss mit Nachholbedarf. Sasa Kalajcic mit der Hacke zu González. Das ist wieder Kalajcic. Nächste Parade Gikiewicz, da war eine knappe halbe Stunde gespielt. Das war ein unterhaltsamer Sonntagnachmittag. Auch wenn der FC Augsburg nicht viel machte, sorgte doch der VfB Stuttgart für die spielerische Raffinesse, für die Klasse hier auf dem Feld. Aber der Treffer, er fehlte eben noch. Kurz vor dem Seitenwechsel dann auch mal der FCA. Niederlechner hat da den Ball von Goetze bekommen. Niederlechner lange am Ball, legt ihn dann zurück zu Goetze. Kaul aus Goetze mit dem 1 zu 0 in der 45. Minute und der VfB Stuttgart. Er wusste nicht so ganz, wie das eigentlich passieren konnte. Kobel, der Mann des Tages gegen RB Leipzig. Hier ist er diesmal wirklich ohne eine Chance. 45 Minuten gespielt und keiner wusste so recht, wie hier der FCA eigentlich führen konnte. Der zweite Durchgang dann lange nicht mehr so spektakulär. Vor allem nicht spektakulär vom VfB Stuttgart geführt. Der FC Augsburg mit der Führung und dem Rücken natürlich noch defensiver. Das ist Vargas. Er spielte eine der wenigen Kontermöglichkeiten. Konsequenz zum Ende hat er viel Platz. Klar, Stuttgart musste aufmachen. Das wurde jetzt bestraft. 80. Minute und dafür, dass es beim VfB Stuttgart auch unglücklich verlief. An diesem Sonntagnachmittag haben wir nochmal ein Sinnbild. Freistoßmöglichkeit in der 85. Minute. Gonzalo Castro aus knapp 25 Metern. Setzt den Ball aber an den Außenpfosten. Super Schusstechnik. Toller Schuss. Aber einfach glücklos der VfB. Das war spielerisch heute. Durchaus ansehnlich, aber eben unglücklich. Der FC Augsburg, er überzeugt im Abschluss und gewinnt damit 2 zu 0 am Sonntagnachmittag gegen den VfB. Zum Abschluss des 15. Spieltags trafen der Deutsche Sportklub und der Berliner Sportklub aufeinander. Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC. Hertha in den roten Trikots. Hier im ersten Durchgangsspiel bestimmend und mit dem Führungstreffer. Durchschauen, Cordoba in der 28. Minute. Bruno Labbadia in den entscheidenden Momenten. Dann scheint er doch die wichtigen und richtigen Sachen zu sagen. Holt dann die Punkte ein, wenn es sein muss, gegen Schalke. Das 3 zu 0. Da sah es am Anfang auch nicht so gut aus. Hier ging man mit dem 1 zu 0 erstmal in die Pause. Gegen Arminia Bielefeld ist ein Sieg. Natürlich auch Pflicht. Und die DSC Arminia. Sie lief hier hinterher. Das war nicht so der gute Auftritt von der Mannschaft von Uwe Neuhaus. Auch gegen Gladbach war man wirklich stark unterlegen. Am Ende hätte es sogar fast noch was mit einem Punkt werden können. Hier ist es mal Schiplock nach einer knappen Stunde. Der da zumindest Bielefeld auf die Torschussstatistik eintragen kann. Aber ganz glücklich war es noch nicht. Siebzigste Minute schon vorbei. Arminia Bielefeld mit weiten Bällen. Gehbauer zu Fabian Klos, der da relativ viel Platz hat. Quergelegt, aber nicht gut. Schiplock aber nochmal zu Rizzo Duan. Und plötzlich das 1 zu 1. Zweiundsiebzigste Minute der Ausgleichstreffer aus. Ja, nicht mal mehr heiterem Himmel. Aber die Hertha, die eigentlich alles im Griff hatte lange Zeit, hatte hier jetzt Probleme. Es entglitzt so ein wenig die Partie aus den Händen von Bruno Labbadia und seiner Mannschaft. Briegel, schöner Ball zu Rizzo Duan. Rizzo Duan. Wahnsinn. Spiel gedreht. Duan mit dem 2 zu 1 für Arminia Bielefeld. Die Hertha war sich wohl schon zu sicher. Und das ist obendrauf noch ein wunderbares Tor aus 16 Metern. Duan setzt den Super an. Vorbei an Schwolo. Der Ex-Arminia-Keeper. Er kann nichts machen. Es endet hier mit 2 zu 1, weil Rizzo Duan am Ende auftritt. Und die Hertha muss sich fragen, wie man hier eigentlich verlieren konnte. Jo, hier seht ihr die Ergebnisse und die Tabelle im Überblick. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund, haut rein und Adios. Lass auf jeden Tag. Bis zum nächsten Mal.